In diesem Video habe ich mit Lamy, Emily, Vitamine, Khan, Danja, Abok und Bapo Among Us gespielt. Ich würde in diesem Video richtig auf dem Poster und am Ende hat Lamy mich einfach noch verraten. Das heißt, schaut bis zum Ende, um das nicht zu überpassen und fang auch schon direkt an. Okay, und da beginnt auch schon die erste Runde und warte mal, ich bin einfach direkt mit Danja im Poster. Okay, das ist es auf jeden Fall. Naja, ein sehr, sehr krasser Start. Okay, okay, okay. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall schlau spielen. Ich habe das Spiel schon seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gespielt. Das heißt, ich muss erstmal alle neuen Knöpfe austesten. Also wir können auf jeden Fall unser Pad einmal streicheln. Warte mal, oh Mann, das sieht richtig süß aus. Also sabotieren können wir auch, aber davon habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Das heißt, das schließen wir einmal. Oh, wir können wenden. Äh, warte mal. Zack und zack. Okay, ja, das scheint auch noch zu funktionieren. Hallo da. Warte mal, ähm, kannst du dich einfach schnell killen und weg? Oh nein. Oh Mann, ey. Was mache ich hier überhaupt? Okay. Äh, hallo. Ähm, nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht. Ich hatte es mir selber eingeschlossen. Okay, die erste Runde scheint nicht ganz so gut zu laufen. Ich hoffe, Vitamine hat mich nicht gesehen, wie ich da unten, ähm, ja, den Kahn gekillt habe. Nein. Dann hier rauszuwenden wäre er auch ziemlich dumm. Oh nein. Okay, also ich habe ihn gefunden und er war ganz rechts, äh, wie heißt das nochmal? Kahn ist tot. Äh, ganz rechts irgendwo in Navigation. Also war da, was war, wie sah das aus? Waren da so Bewegungspanels? Ja, Kahn war einfach tot. Hm, Vitamine, du klingst schon ein bisschen sass, muss ich sagen, hier. Was? Ich habe gar nicht, ich habe einfach nur eine Leiche gewohnt. Wobei Lami auch ein bisschen sass ist, wenn er direkt auf Vitamine geht. Hä? Moment mal, Moment mal. Nein, Lami kam mir gerade voll entgegen, der war links. Also ich habe keine Ahnung, ich skip-worte diese Runde einfach mal. Ich skip-worte jetzt irgendwann. Oh Mann, ich vote Lami. Einfach füllen wir hinter. Ey, wer hat mich gewotet, Mann? Oh Mann, okay, was mache ich? Ich muss jetzt erstmal einen Fake-Task machen, dass mich hier keiner, äh, naja, auffällig findet. Ich stelle mich einmal hier hin und, oh Mann, Avok und Lami, okay gut, gut, die sind weggegangen. Das ist ziemlich gut. Ähm, ja, wir gehen einmal weiter und Daniel ist schon hier. Ich kann einmal neben ihr. Was machen wir jetzt, die Frage? Ich meine, wir könnten einen Sammelrohm laufen und einen Double-Kill machen. Das wäre sogar eine ziemlich gute Idee, aber, warte mal, sollen wir ihn killen oder? Ne, 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 das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich dumm sogar. Ähm, oh nein. Okay, dann, ähm, stelle ich mich einmal daneben und werde sagen, ich war die ganze Zeit bei Dania. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz gutes Alibi, dass wir uns beide als Impostos sozusagen schützen können. Und ich gehe einmal weiter und, ähm, laufe nach unten und reporte die dann. Es war eine Leiche unten rechts, aber ich war die ganze Zeit bei Dania, also ich kann die eigentlich saven. Okay, ich kann Lami auf jeden Fall saven, weil der ist nach links zu den Camps gegangen. Wo wurde, wo wurde Avok gefunden? Unten rechts, also ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber... Also, für mich ist irgendwie immer noch Vitamine und auch jetzt noch A-A-Ray-Sass. Ich? Also, ich weiß es nicht. Also, Vitamine hat halt vorhin als erstes reported, aber das heißt halt erst mal nix. Aber wir können halt auch nicht direkt jeden saßen, der reportet. Sonst reportet nämlich keiner mehr und dann haben wir auch ein Problem. Dania, wo warst du denn? Äh, das meinte, äh, Ray vorhin schon. Ja, ich war mit Dania eine kurze Zeit zusammen. Warte mal, wie viele Imposter gibt es überhaupt? Ein oder zwei? Zwei, zwei. Deswegen, ich glaube, A-A-Ray und Vitamine. Die sind es, glaubt es mir. Äh, was soll das denn? Das ist A-A-Ray und Dania. Ich kriege, manchmal kriege ich echt die Krise. Das ist so random. Also, ich würde jetzt nicht sagen... Wenn ich tot bin, dann war die das, okay? Ich laufe die ganze Zeit hinterher. Okay, ich skipp mal. Okay, es wird langsam echt ein bisschen kritisch, weil ich schon angesasst wurde. Ich glaube, von Lamy war das. Oder Vitamine. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also, Barpo scheint mit, äh, Dania rumzulaufen. Das heißt, Dania ist wahrscheinlich dann schon safe. Und was mache ich eigentlich hier? Das ist voll dumm, dass ich hier bin. Ich gehe mal wieder weiter. Ich gehe einmal... Oh ja, zu Admin, da war ich noch gar nicht. Da stelle ich mich einfach einmal hin. Mach so, als würde ich hier diese Karte swipen. Das kenne ich nämlich noch von vor zwei Jahren. So, da bin ich fertig. Und jetzt renne ich einfach einmal weiter. Und ich bin am Vitamine vorbei. Das heißt, er denkt wahrscheinlich jetzt auch, dass ich nicht der Imposter bin. Und ich hoffe das natürlich auch. So, dann gehe ich einmal hier. Denke ich jetzt auch immer ein Task. Das stelle ich mich auch einfach einmal hin. In dieser Zeit, in der wir warten, könnt ihr auch gerne schon mal kostenlos den Kanal abonnieren. Damit ich hier mehr Sachen mit so großen YouTubern machen kann. Und wir gehen ja einmal wieder raus. Und wir tun so, als würden wir nichts machen. Also, das Ding ist, ich glaube, Dania ist immer noch beschäftigt mit Barpo. Die kann gerade eigentlich gar nichts machen. Ähm, wobei ich gerade gar nicht weiß, wo die sind, um ehrlich zu sein. Ich muss mal kurz suchen nach denen. Warte mal, wo sind alle Leute, ist die Frage. Irgendwie finde ich gerade gar keinen mehr. Ja, also, so wie es aussieht, ist hier keiner. Hier ist keiner. Oh, ich renne an Labi vorbei. Okay, er hat auch nichts gemacht. Okay, ich stelle mich jetzt mal an diesen Kanister. Denn ich denke, hier war auch ein Task. Oh, Dania ist bei mir. Vitamine und Barpo. Ja, let's go. Ey, da war so was rum, klar. So ein Ding. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt bin ich Crewmate. Und mal sehen, wer jetzt der Impostor sein könnte. Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und, oh, hier ist der erste Task direkt. Einmal diese Karte und hier einmal Switch. Okay, diese Task ist echt ziemlich schwer. Zack, okay. Task geschafft. Dann gehen wir einmal weiter. Und ich glaube, dass Dania es nicht ist, weil die gerade den Task gemacht hat. Und, oh, hier ist noch einer. Einmal hier auffüllen, da muss man gedrückt lassen. Und der... Oh, es ist schon immer ein Tod direkt. Okay, das ging schnell. Okay, ich weiß 100% wer es war. Ich habe gesehen, dass Barpo Kahn umgeschnitzt wurde. Oh, gewoten. Ich weiß das, glaube ich, ey. Der ist so einer, der ist so einer. 100% wenn es wirklich Lüge von mir war, kickt mich. Aber ich weiß zu 100%. Nehme dich beim Wort. Warum sollte ich überhaupt da gewesen sein? Du bist Hass. Ich kenne dich. Du bist mein Zwillingsbruder. Okay, Dania ist auch Mörderin. Wenn es stimmt würde, wäre das echt ein richtiger Snitch-Move. Barpo wurde gerade rausgewortet. Das heißt, der ist hier schon mal eine Last weniger. Vielleicht war der Imposter, aber ich weiß es gerade gar nicht. Ich mache einmal hier diesen Task. Man muss so die Wellen auf eine gleiche Linie bringen. Das ist hier ungefähr, oder? Ja. Okay, also Barpo hat ja gesagt, dass es Dania noch ist. Das heißt, ich halte mal ein bisschen Abstand von Dania, weil ich ziemlich Angst vor der habe. Vielleicht sollte ich mir auch eine Gruppe suchen, mit der ich einfach zusammen rumlaufen kann. Dass wenn ich gekillt werde, dass es die anderen dann sehen. Hier ist noch ein Task. Einmal wieder auffüllen. Aber das geht ja ganz schnell. Zack. Und das haben wir auch geschafft. Oh nein, das Licht ist aus. Das Licht ist aus. Das ist gar nicht gut. Ich merke schon, wie ich gleich sterben werde. Ich spüre schon, der Imposter steht vor mir. Und dann bin ich tot. Oh Mann, Mann, Mann. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Einmal hier hin. Oh, warte mal. Vitamine, ich hoffe, du machst hier nichts. Ähm, okay. Okay, das Licht ist wieder an. Mann, Dania ist so sass. Sie ist immer da, wenn eine Aufgabe kommt. Hm, okay. Das ist auf jeden Fall ganz komisch. Ähm, lass mich hier nicht alleine. Warte mal. Ich bleib mal bei Emily. Weil ich glaube, Emily ist nicht der Imposter. Und mal sehen, ob sie auch bei mir bleiben will, weil ich will hier echt nicht alleine rumlaufen. Okay, Emily ist fertig. Das heißt, ja, okay, Emily ist safe, nicht der Imposter. Weil sonst hätte sie mich schon längst gekillt. Also ich glaube, zusammen rumlaufen ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und ich hoffe, sie killt mich jetzt nicht. Ähm, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Einmal hier zurück. Und ja, Emily ist ja wieder. Also die ist es zu 100% nicht. Okay, hier bist du auf jeden Fall. Ja gut, dann muss ich einmal hier nach unten. Nein, jetzt rennt sie weg. Hier ist sie. Und hier ist Lamy. Ich glaube, sie hat wirklich auf mich gewartet. Das ist ja richtig nett. Ich schaue mal kurz auf, wo ist die Karte? Wo sind meine Tasks? Ganz rechts überall. Ich gehe einmal zu Weapons und dann zu Navigation. Ah, hier hinten ist eine Tasks. Den hätte ich fast gar nicht gesehen. Einmal hier umlegen. Und dann muss ich einmal hier runter. Oh ja, hier ist auch noch ein Hebel. Und ich muss die ganzen Blätter einmal zack zu zack. Und die Blätter sind weg. Genauso wie der rote Abonnieren-Button bei euch. Oh, warte mal. Es wurde jemand gefunden. Ich habe sie gefunden, Freunde. Also Danja war bei mir einmal sass. Ich dachte, sie wäre es. Okay, ich weiß nicht, wer es ist. Okay, ich muss sagen, ich kann Emily schützen, weil ich die gerade eben noch gesehen habe. Ja, Emily war es nicht, weil die hätte mich auch immer killen können. Also, ich habe auch A-A-Ray und Vitamine gesehen. Tja, dann bleiben noch A-Borg und Lamy übrig. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich Lamy unnormal sass. Lamy, wo hast du die Leiche gefunden? Unten rechts. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall ganz unten rechts. Und du warst ganz alleine dort. Da wollte ich gerade hinlaufen. Ich bin gerade, glaube ich, an A-Borg vorbeigelaufen. Das ist eine Lüge. Ich war unten links und dann wollte ich nach unten rechts laufen. Ich habe dich da gesehen bei Scand. Du bist irgendwie ein bisschen sass. Emily, stehe zu mir bitte. Ich habe Lamy gewartet. Ich vote auch Lamy. Oh Mann. Bistikowski, Lamy. Also, ich habe auch geskippt. War eine gute Runde auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir es. Ja. Okay. Let's go. Ich bin so schlecht als Imposter. Komm, bitte, Imposter, bitte. Ja. Ja. Ich und Lamy. Okay, das kann ja nur ein Win werden. Kill und sabotieren ist meine Aufgabe. Und das werde ich auch direkt durchführen. Was ist mein erstes Ziel? Mann, jetzt hat der Kahn die Runde verlassen. Das heißt, wen soll ich jetzt einmal killen, ist die Frage. Ähm. Hallo, hallo, mein Imposter-Kollege. Ich gehe einmal zu den Camps und schaue einfach, wie schnell ging das denn? Ähm. Ich habe es gesehen. Oh. Oh. Was? Ich habe es gesehen. Möchte die Person das selber sagen? Oh. Hä? Okay, ich war es. Was? Jetzt wirklich? Einfach so? Ja. Alright, ich habe es gesehen. Ich? Was? Ich war in Camps. Wir waren am Anfang zusammen. Ich bin in Camps gegangen und dann war Lamy auf einmal weg und Bapu war bei Lamy. Das weiß ich auf jeden Fall. Nein. Ihr könnt jetzt unterscheiden, wie ihr glaubt. Ihr könnt mich alle voten. Ja, ich kann, also ich kann Abbaok und Emily beide saven auf jeden Fall. Die sind das nicht. Wir sind losgelaufen mit Bapu. Ja, genau. Hat direkt Bapu rumgelaufen und ist ins Camps gelaufen. Wenn du lügst, ne? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Also Lamy, dass du diesen machst, hätte ich nicht gedacht. Ich skip einmal. Wie ihr werdet sehen? Glaub, warte doch mal. Was? Wirklich? Oha, okay. Also das schmerzt. Minus ein Imposter. Was ist Lamy bitte für ein ehrenloser? Der killt einfach und tut so, als wäre ich das? Was? Oh Mann, okay. Das hat mich echt stark verletzt. Ich habe mich so gefreut, dass ich Imposter bin. Wie kann das sein? Warte mal. Ich mache einfach jetzt mal nur das Licht aus, weil ich das noch kann als Imposter. Oh Mann. Oh, Vitamin ist gerade aufgestorfen, so wie es aussieht. Und da kommt Lamy aus der Wind raus. Ey, das ist ja wirklich... Warte mal, in Camps war gerade Emily. Das heißt, wenn sich Emily jetzt schlau anstellt, hat sie es gesehen? Komm, schnell zum Emergency-Knopf. Ja, Lamy fliegt raus, Lamy fliegt raus. Let's go. Nein. Was? Emily, komm, enttäusch mich nicht, als wenn sie das nicht gecheckt hat. Lamy ist einfach aus Mad Bay rausgekommen, ohne dass einmal reingelaufen ist. Also, hat Emily das wirklich nicht gesehen, oder was? Jetzt übersieht sie auch noch die Leiche. Hä? Okay, der ist tot. Vitamine. Ähm, Lamy? Lamy? Nein, nein, nein. Ja, Lamy. Warte mal. Nein, 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 hält mir zu. Ich war in der Electrical und da war die Leiche neben Emily und Danja. Ihr habt gerade gesehen, dass ich selber reingelaufen bin. Also, Emily kann ich saven, weil Emily ist mit mir am Anfang direkt zur Admin-Task gegangen. Und ich bin gerade dazu gekommen. Lamy stand direkt über der Leiche, Emily stand beim Licht. Ich vote Lamy. Tut mir leid, Lamy. Okay, ihr habt nicht alle gewartet, ne? Ja. Ja. Okay. Ich bin nicht der Imposter, kann ich euch sagen. Nein. Lügen. Ich bin's nicht. Wir sind doch noch zu dritt. Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Ey, Lamy, dass du diesen machst, hätte ich echt nie gedacht. Wie kann das denn sein? Was? Ah, ah, und du? Ja. Ich dachte, jetzt glaubt ihr jedermann. Ich bin das erste Mal dabei und werde direkt so verraten. Das gibt's doch gar nicht. Mies, ey. Das war echt lieb. Sorry. Sorry. Das war echt lieb. Ich bin das. Das war echt lieb. Ich bin das. Das war echt lieb. Das war echt lieb. Das war echt lieb. Vielen Dank.